Hallo, mein Name ist Alex Fischer und hier geht es um die Definition des Wortes Pfandbrief bzw. Hypothekenpfandbrief. Pfandbriefe sind nichts anderes als sogenannte Refinanzierungsmittel, mit denen sich Hypotheken, Banken Geld einkaufen. Also Refinanzierungsmittel meint folgendes, die Bank gibt Geld aus an den Kreditnehmer und muss das ja irgendwo herholen, das heißt sie muss sich rückfinanzieren. Und um das Geld dafür zu bekommen, verkauft sie Pfandbriefe. Pfandbriefe sind nichts anderes als festverzinsliche Wertpapiere, die als besonders sicher gelten, weil sie durch das Hypothekenpfandbriefgesetz gesichert sind. Dort ist einheitlich geregelt, nach welchen Kriterien die Banken die Immobilien bewerten müssen, dass sie nur bis zum gewissen Prozentsatz die Immobilien beleihen können, sodass auch wenn Schwankungen am Markt sind, immer noch hinter jedem Hypothekenpfandbrief eine Immobilie steht. Wenn du also mal wissen möchtest, zu welchem Preis oder zu welchem Zinssatz deine Bank das Geld, das sie an dich verleiht, einkauft, dann schau doch einfach mal in die Zeitung oder ins Internet und suche nach den Hypothekenpfandbriefen deiner Bank. Vergiss aber nicht, dass Hypothekenpfandbriefe eigentlich nur bis 60 bzw. bis 80% des Verkehrswerts maximal gehen. Kannst du also nicht vergleichen bei einer 110% Finanzierung, da muss die Bank noch zusätzliche Finanzierungsmittel einholen. Übrigens, die Differenz zwischen Geldeinkauf und Verkauf, sprich Kredit, nennt sich Marge. M-A-R-G-E. Marge, das ist praktisch der Gewinn zwischen Geld an und Verkauf. Also Pfandbriefe sind praktisch ein festverzinsliches Wertpapier, eine Form der Anleihe, also sprich ein festverzinsliches Wertpapier, das als besonders sicher gilt und regelmäßigen Zins bringt. So, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser kurzen Definition weiterhelfen. Schau doch mal auf meine Webseite www.alex-fischer-duesseldorf.de. Dort habe ich hunderte Videos zu den Themen Immobilien, finanzielle Intelligenz und jede Menge Dokumente, die du als zukünftiger oder bestehender Immobilienbesitzer sicher gut gebrauchen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören. Dein Alex Fischer. Das war's Vielen Dank.